Berlin, Juli 1923. Über der Stadt liegt ein trüber Dunst. Der Brodem eines verarmten Volkes steigt nicht gen Himmel. Er haftet träge an den Häusern, kriecht durch die Straßen und sickert durch die Fenster. Berlin am Mittag, der Boller heute 414.000 Plünderungen in Eisleben. Ich habe entdeckt, dass sich 99% aller Menschen sehr um das Geld quälen müssen. Dass sie Tag und Nacht daran denken. Davon reden, es einteilen, sparen, wieder Neuanfangen. Kurz, das Geld, das ist, worum sich die Welt dreht. Ich bin vollständig blank, Peter. Und unsere Hochzeit? Unsere Hochzeit. Wie wollen wir denn die Gebühren bezahlen, wenn du kein Geld hast? Heute war es beinahe soweit. Wie ein Berg lag das Geld von mir. Ich fühlte jetzt noch ein, zweimal jetzt. Jetzt kommt meine große Stunde. Rausmacht, dass du aus der Küche kommst! Bisschen Dalli, sonst wackelt es! Wenn Wolfgang nach der Pfandleihe gleich zurückkommt, dann muss er jetzt kommen. Ich habe das bestimmte Gefühl, er kommt nicht. Vergangenheit. Spike. Untertitelung des ZDF, 2020